Caretex Patienten Overall ist ein speziell für Pflegebedürftige entworfenes Produkt. Bei Patienten, die über längere Zeit liegen müssen, ist die Hautgesundheit sehr wichtig, die dazugehörende Pflege unumgänglich und eine Untersuchung in regelmäßigen Abschnitten erforderlich. Der Reißverschluss am Rücken macht die Hautpflege für Sie und den Patienten sehr angenehm möglich. Die Sicherheitsreißverschlüsse des Caretex Patienten Overalls verhindern insbesondere bei Demenz- oder Alzheimererkrankten das plötzliche Entkleiden. Die Sicherungen am Anfang und am Ende der Reißverschlüsse dienen dazu, dass sich der Patient nicht alleine auszieht. Die Reißverschlüsse am Rücken und an den Beinen ermöglichen die tägliche Pflege und den Wechsel der Unterwäsche, ohne dass der Overall ausgezogen werden muss. Dieses handliche Produkt, welches sorglos und sicher an- und ausgezogen werden kann, verfügt über eine Farb- und Modellauswahl für unterschiedliche Bedürfnisse und Geschmäcker. Die aus 100% Baumwollstoff bestehenden Caretex Patienten Overalls sind optimal für Tag- und Nachtbenutzung. Caretex Overalls machen das Leben des Patienten und seinen Mitmenschen einfacher. Caretex Vielen Dank.